Wir haben heute Silber am Donnerstrand. Das Wetter ist ideal, ungefähr minus 2 Grad. Schnee hat, die Wassertemperatur wird auch um die 0 Grad haben. Wir haben uns extrem vorbereitet, weil den letzten haben wir vor zweieinhalb Jahren gesehen. Aber vor zwei Wochen hat der Herberg, Schwanergans ist da geschwommen, auf einmal hat ein Schwanergans angerufen, hat es voran. Wir haben gesagt, wir müssen unbedingt was dagegen tun. Wir machen uns jetzt die Fischerei-Ferrent-Cold-Water-Challenge auch bayerisch. Vorbereitet haben wir uns auch schon lange. Patrick, tu mal deinen Haxen her. Jolle, stinkt der. Genau richtig. Nächster. Abfürtig. Jolle. Sechs bis acht Wochen haben sich die Bürste nicht mehr gewaschen. Das kasselt wie zur Sau. Da lockt man nicht zu. Also, Männer, auf geht's, rein ins Wasser. Die lockt nicht zu. So, ich hab da Spezialmontage, weil da dürfen wir nur mit schwarzen Geräten fischen. Und einen Köder hab ich auch. Oh, den muss ich jetzt aber so nehmen. Der stinkt wie zu einmal. Meine Frau hat mich eh bald ausgekaut. Da ist er, ein Kommenbär. Der ist jetzt acht Wochen daheim umherangelenkt. Acht Wochen daheim umherangelenkt, das ist der ideale Köder. Schauen wir mal, vielleicht haben wir Glück. So, unsere Kandidaten, eine mit euch ein wenig besser anfordern. Also, wie gesagt, es fällt nichts gestellt. Das ist jetzt der Köder, ideal. Also, auf geht's, Mann, dann macht euch bereit. Ich wirf euch. Schauen wir mal, schauen wir mal, ob sich was tun. Jetzt nochなично uffnet den Blutzen noch? Drehts auch 1. � breathing es noch ein bisschen besser? Ne, ich wäre auch savvy hiervoraussetzungen. Ult! Jetzt kommt einmal! Ih, da hinten hinten, da hinten! Schaut mal! Achtung noch nie! Oh, oh! Doch, Imagin in die Bä momentan! Schnei! Schnei! Sie underscore! Schne Quinn! Schnei, Mama! Schnei, Energy Spring! Schnei, Speaker-Smongerbe im N Marshm ambush-18-56d-56d-56d-56d-imo-60d-14dF-55d6d-임-łum-2. Jawoll! Hin dreh! Alzen, Alzen! Da schau in der Schuhe! Der ist hin, schau, hin, schau! Der ist bei Abzi machen wir ja wohl ein Alzen! Abzi, Alzen, Alzen! Der Leck! Haben wir ihn, haben wir ihn, haben wir ihn! Alter, der ist ja drin! Jawoll! Mein Schatz, ein riesen Walperdinger! Jawoll! Seit zweieinhalb Jahren am nächsten wieder Auf ein halb in die Fischereisle! Jawoll! Jawoll, bravo! Schau her, nehmt sie mich, Trophäe, Mann! Sieht euch wieder raus! Das war jetzt die Kalt-Water-Challenge vom Fischereiferein Ilbach-Straß-Kirche. Wir nominieren uns drei. Einen mit unserem Papenverein, einem Fischereiferein, von dem Wald mit dem Jugendleiter in Schildbach. Dann nominieren wir noch einen Gemeinderat Ilbach mit dem Burgermeister Bauer Beder. Und dann nominieren wir noch einen Frauenbund Ilbach mit meiner Schwester, der Gruber Silvia und dem Vorstand der Frau Kern. Auch irgendwas mit kaltem Wasser müsst ihr machen und innerhalb von ein, zwei Wochen sind sie heute zur Brotzeit mit einem Kastenbier für eine gute Fahrt. Für drei!